Ich bims ein Guide. Hä? Was machen wir gerade? Was macht der? Ist dieser Mensch noch zu weg? Heinz? Hä? Was machst du? Ich bin gerade mal auf die Straße gefahren bei mir und jetzt bin ich zurückgepackt. Wtf, du bist bei mir in unserem Kreis fast gegenüber aufgefahren. Alter, ich bin ein bisschen zurückgebeten worden und hab mir eingeschissen. Was? Kann man diesem Menschen helfen? Oh mein Gott. Wie kommen wir hier raus? Gar nicht. Oh mein Gott. Die Tür geht nicht auf. Wir müssen aber rollen. Alter, halt, du bist gefühlt auf dem Gaspedal stehen gerieben. Wir sind trocken rückwärts. Wir stehen auf. Alter! Ich bin wieder da. Du bist tot. Ich? Echt? Ja. Warum? Keine Ahnung.